Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Toto und weiter geht's mit Digital Adventure in der Region Ägypten. So, eine Fassaufgabe. Na, Onkel Digerius, eine Zigarette noch. Eine Zigarette hat noch niemandem geschadet, naja, das weiß ich aber nicht hier. Ähm, achso, da komme ich nicht rein, gut. Gut. So, jetzt gehen wir nach dem Beendtriebel. Nix da, hä? Tja, du hast mich ein bisschen überrascht, aber eine einzelne Base bedeutet nichts, wir sehen uns. Hier war das schon alles? Ne. Und kurze Pause. So, weiter geht's. So, was haben wir denn hier? Ich verstehe das nicht. Okay. Damals abwesend. 41, ja ok, also wird ja 41 sein. 25 plus 43 sind 16 sind 68 Durch 14 68 durch 14 68 durch 2 sind 34 plus 7 sind ja genau 41. Direkt mal gucken ob wir hier noch einen Geheimgang haben, also da oben nicht, aber hier unten eventuell, ne auch nicht. Gut, ok. Das war ein grüner Schlüssel, ok. Gibt es hier irgendwo einen Geheimgang? Nein. Achso, dann können wir erstmal da gehen. So, ok. Ah, da haben wir schon. Ok. Ja, ok. Da ist was. Ok, da ist gut. Ähm, wann geht es hier weiter? Gibt es hier noch was? Nein. Ok. So. Ok. Ne, ich gucke mal da hin, weil da ist eine Rose. Ok. Achso, ich kann hier unten rum, ja. Komm ja auch da oben rum, ok. Ähm, hier fehlt noch was. Warum haben wir denn hier jetzt, ähm, ich bin hier noch nicht durch. Kloster der Ise ist mir fehlen noch. Ok. Ein paar Steine. Nein, hier ist nichts. Da ist auch nichts. Wo sind die? Ok. Auf der 1. Auf der 1. Hier ist noch was. Ok. Dann muss ich nochmal zurück. Achso, der kann gar nicht, weil ich habe mich hier zugebaut. Genau. So, jetzt kann ich da hoch. Das war nichts. Das war auch nichts hier. Nein, nein, ok. So, hier haben wir irgendwo noch ein paar. Da ist einer. Ah, da ist auch noch einer. Juts, ok. So, einmal. So, und zweimal. Da ist auch noch was. Ok, dann haben wir hier auch noch was. Ja. Das müsste es dann jetzt sein. Ok, dann bedanke ich mich für euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf meinen Kanälen auf YouTube, auf Twitch und auf Kick. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss sagt der Toto. Cool. Bis zum nächsten Mal.